Yes, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Lukas, komme hier aus St. Georgen, also ein paar Minuten weg von hier. Und war in letzter Zeit ziemlich viel in diesen Räumlichkeiten, aber freue mich auch mal wieder oder überhaupt mal an einem Sonntag hier zu sein. Ich habe euch als Gemeindejahr vor allem kennengelernt, letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit oder viele von euch kennengelernt. Ich habe die Zeit sehr genossen und freue mich heute mit euch tiefer in die Bibel reinzuschauen. Vielleicht zu mir noch. Ich darf in einem Team zusammen das Haus des Gebets in St. Georgen leiten. Gebetshaus ist ein Ort, wo Christen aus allen möglichen Gemeinden, also verschiedenste Freikirchen, aber auch eben katholische, evangelische Christen zusammenkommen, um zu beten. Und wir beten bei uns in drei verschiedenen Gebetsräumen, in unserem öffentlichen, bekanntesten Gebetsraum, einfach unser normaler Gebetsraum. Das ist der Ort, wo ganz viel Lobpreis stattfindet, ganz viel auch mehr kontemplatives, persönliches Gebet, wo man einfach hinkommen kann, um zu sagen, ich will an einem Ort sein, Gott zu begegnen, ablenkungsfrei, wo einfach die ganze Atmosphäre auf ihn ausgerichtet ist. Dann haben wir unseren sogenannten Wunderraum. Das ist der Ort, wo für Einzelne gebetet wird, wo man sich auch anmelden kann zu verschiedenen Angeboten. Wenn du sagst, du hast eine Not, hast ein Anliegen, brauchst Heilungsgebet, prophetisches, hörendes Gebet oder so, da gibt es verschiedene Angebote. Und wir haben unseren Boilerraum, das ist unser Fürbitte-Raum, der ist bei uns im Keller. Da beten immer zwei, drei, manchmal auch vier Leute zusammen eine Stunde für ein Thema. Und der Grundgedanke von Gebetshaus ist, dass das irgendwann Tag und Nacht rund um die Uhr stattfindet. Momentan beten wir so gut 100 Stunden die Woche und irgendwann immer. Und genau, da auch herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen und einfach die Gebetsatmosphäre zu schnuppern. So, wir starten rein in die Predigt, in diese Serie mit dem Thema Happy Endzeit. Und ich habe diesen Titel riesig gefeiert, weil mir geht es so, meistens, wenn ich mit Leuten über Endzeit rede, höre ich nicht Happy Endzeit, sondern höre ich so, oh no, Endzeit. Und das ist eher so eine negative Haltung. Oder so ein bisschen in der Ecke von Angst besetzt und negativ. Man denkt so Endzeit, oh je, und dann alles schlimm und irgendwie der Antichrist und alles böse. Oder man redet mit Leuten über Endzeit und hast so das Gefühl, für die gibt es kein anderes Thema mehr. Kennt ihr so die Leute, wo du das Gefühl hast, so möchte ich aber auch nicht werden. Wo dann irgendwie alles und Theorien und hin und her und genau immer wissen, wie die EU da mit drin hängt. Oder man hat so dieses Thema Endzeit und man merkt so eigentlich, in den meisten Gemeinden ist es einfach nur so eine Fußnote, so eine Randnotiz. Als wäre so, dass Jesus wiederkommt, irgendwie so eine Kleinigkeit. Der Papst Benedikt XVI, der schon jetzt beim Herrn ist, hat diese Bücher geschrieben über Jesus, sehr, sehr gute Bücher über Jesus. Und da schreibt er, dass wir als Christen eigentlich zwei Säulen haben, die wir glauben. Nämlich Jesus kam und Jesus kommt wieder. Und das ist wirklich die Gewichtung. Du findest sogar etwa fünfmal so viele Stellen, die über Jesu zweites Kommen sprechen, wie über sein erstes Kommen. Trotzdem ist das Thema mega unterbelichtet. Oder irgendwie so ein bisschen angstbesetzt, negativ oder in so einer Freak-Ecke. Und ich hoffe, dass diese Serie dazu beiträgt, dass das Thema für dich was wird, für was es biblisch ist, nämlich ein Thema der Hoffnung. Paulus nennt die Wiederkunft Jesu unsere glückselige Hoffnung. Das ist, was es ist. Das ist, wo wir hingehen. Und das sollte uns nicht genommen werden, sondern das sollte was sein, was uns antreibt, was uns Mut gibt. Und deswegen möchte ich heute über dieses wichtige Thema sprechen. Ich habe das mal genannt, das Zeichen der Wiederkunft Jesu. Und im Laufe der Predigt wird dir wahrscheinlich klar werden, dass die Betonung in diesem Satz ist auf dem ersten Wort. Nämlich das Zeichen der Wiederkunft Jesu. Was für Zeichen hat er uns gegeben? Woran kannst du erkennen, wo wir stehen in der himmlischen Zeitrechnung? Und ich werde dir heute genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Also bleib dabei. Mein Text heute ist aus Matthäus 24. Diese bekannte Endzeitrede Jesu und da den Kerntext da drin. Parallelstellen finden wir in Markus 13, Lukas 21. Ich lese dir aus Matthäus 24, Verse 3 bis 14 und die gehen wir heute zusammen durch. Ich lese dir aus der übersetzungsbedürftigen Elberfelder Übersetzung und wir schauen uns das dann im Detail an. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen. Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden und meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen, werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushabt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Königreichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Völkern zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. So, Happy Endzeit. Wir schauen uns diesen Text an, wo Jesus drüber spricht, wann, wie, wo, was. Und wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen Vers für Vers durch. Wir haben die ersten Verse, ich lese sie nochmal vor. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Also, die Jünger sitzen mit Jesus zusammen auf dem Ölberg und stellen ihm diese Frage und sagen, Jesus, wann geht das zu Ende und wann kommst du wieder? Und in ihrem Kopf war das das Gleiche. Ja, also, wann, was ist das Zeichen des Endes und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Das ist für sie synonym, also die Wiederkunft Jesu und das Ende dieses Zeitalters, wie es hier benannt wird, ist für die Jünger das Gleiche und sie fragen nach einem Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was ist das Zeichen? Was ist das Zeichen? Woran können wir erkennen, dass du wiederkommst? Woran können wir erkennen, dass dieses Zeitalter zu Ende geht? Und dann fängt Jesus an zu reden. Ich habe bewusst die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil die Elberfelder das übersetzt als das Ende dieses Zeitalters. Andere Übersetzungen wählen so Formulierungen wie das Ende der Welt. Und das, was viele Christen auch glauben, viele Christen glauben, die Welt würde untergehen. Viele Christen glauben, wir glauben an den Weltuntergang und an irgendwie in den Himmel. Und ich versuche das mal auf dieser Flipchart hier ein bisschen deutlich zu machen. Ich weiß nicht, wer die dann alles sehen kann hier in diesem Saal, aber sonst stellt es euch vor. Viele Christen haben so die Vorstellung, Gott hat irgendwann mal die Welt geschaffen, da ging es los. Und seitdem läuft es halt irgendwie so in eine Richtung. Und irgendwann ist das dann zu Ende. Und dann entscheidet sich halt, ob du dann in den Himmel kommst. Und in manchen Kirchen wird dann auch noch gesagt, oder ob du in die Hölle kommst. Und das ist so ein bisschen die Vorstellung der meisten Christen, über was die Bibel sagen würde über die Zukunft. Und die meisten haben diese Vorstellung, die Welt hat irgendwann begonnen, die Welt wird irgendwann untergehen und dann kommt die eine in den Himmel, die andere in die Hölle, fertig. Oder mein Leben hat irgendwann begonnen, irgendwann sterbe ich, dann komme ich in den Himmel und dann komme ich in die Hölle. Und das, ihr Lieben, ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern das ist Evangelium à la Plato. Plato, kennst du, ne? So, griechischer Philosoph, paar hundert vor Christus. Der ganz, ganz entscheidend war für, wie wir heute Theologie betreiben, wie wir heute die Welt sehen. Und das ist eine, das ist nicht alles falsch da dran, aber das ist eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung und vor allem eine Darstellung, wo einiges schon schräg drin ist. Weil die Bibel malt ein ganz, ganz anderes Bild. Die Bibel malt folgendes Bild. Die Bibel sagt auch, dass im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es hat irgendwann begonnen. Gott war schon da, alles andere nicht. Alles kam von ihm. Er hat es ja vorgebracht. Und seitdem leben wir in einer Zeit, da gab es auch so ein paar verschiedene Unfälle, wie den Sündenfall und so weiter. Und all das, wo wir jetzt gerade leben, nennt die Bibel dieses Zeitalter. Dieses Zeitalter, das gegenwärtige Zeitalter. Was ist das gegenwärtige Zeitalter? Paulus schreibt zum Beispiel in Galater 1, Vers 4, dieses gegenwärtige Zeitalter, das böse ist. Oder es heißt in 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Teufel, der Gott, der Herrscher dieses Zeitalters ist. Dieses Zeitalter ist böse. Steht, dass eine negative Koalition drin. Und die große Hoffnung im Alten Testament ist die ganze Zeit, aber irgendwann wird Gott eingreifen. Irgendwann kommt unser Gott Jahwe und dann wird alles gut werden. Und die Hoffnung war, da kommt ein Messias. Die Hoffnung war, Gott greift ein. Die Hoffnung war, er macht alles neu. Und der große Slogan im Alten Testament, womit man zusammenfassen kann, was die Hoffnung war, ist, das Reich Gottes kommt irgendwann. Irgendwann ist die Herrschaft Gottes voll da und dann wird alles gut. Und dann kommt Jesus und sagt, das Reich Gottes ist da und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil das Reich Gottes angebrochen ist. Und er sagt, ich gehe nochmal weg und komme dann wieder und dann erst vollende ich das. Aber die biblischen Autoren reden immer von diesem Zeitalter und dann von einem nächsten Zeitalter. Das heißt, dieses Zeitalter geht irgendwann zu Ende und dann beginnt das nächste Zeitalter. Also zum Beispiel, wenn Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgt und um meinetwillen Sachen aufgibt, ja, Familie, Besitz und so weiter, weil er mir nachfolgt, der wird in diesem Zeitalter hundertfach empfangen und im nächsten Zeitalter ewiges Leben. Oder wenn Jesus geht und seine Jünger segnet und am Ende Matthäus 28 sagt, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende. Bis wann? Was ist das für ein Ende? Bis ans Ende dieses Zeitalters. Und Luther übersetzt das mit Welt und deswegen viele denken irgendwie, die Welt geht unter. Und ja, stimmt, Fridays for Future hat recht, wir werden bald alle gegrillt und dann ist alles vorbei. Nein, diese Welt wird nicht untergehen, sondern Jesus wird wiederkommen. Wir glauben nicht an den Weltuntergang, sondern an die Auferstehung der Toten. Das heißt nicht, dass wir keine Schöpfungsverantwortung haben, dass es nicht wichtig ist, das Thema, aber wir gehen da mit Hoffnung ran, weil wir glauben an einen Gott, der alles wiederherstellen wird. Und am Ende heißt es, dass genauso wie ich Lukas Knies erneuert bin und noch weiter erneuert werde, wenn ich dann meinen Auferstehungskörper kriege und so weiter, also altes ist vergangen, siehe Neues ist geworden, genauso heißt es ganz am Ende in der Offenbarung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, eine ganz neue Schöpfung. Aber diese ganz neue Schöpfung ist meiner Meinung nach diese Schöpfung erneuert, genauso wie mein alter Mensch erneuert wurde. Jesus kommt auf diesen Planeten zurück und die Bibel sagt, er wird dann sein Office in Jerusalem aufschlagen und erst dann wird Frieden sein. Und ich male das ganz gerne sogar so, diese biblische Vorstellung. Hier kommt Jesus wieder und das nächste Zeitalter ist so viel besser, dass ich es gerne da oben hin male. Es ist ein komplett anderes Leben, wenn Jesus wieder da ist. Das ist, was wir glauben, dass die Toten auferstehen, dass wir ewig leben werden, aber nicht als Seelen, die da irgendwo im Himmel rumschwirren, a la plato, wo die Erlösung ist, die Erlösung von meinem Körper und ich schwebe dann irgendwo rum in Glückseligkeit, sondern Erlösung bedeutet, Jesus kommt wieder, die Toten werden auferstehen, wir werden ewig leben in einem Auferstehungsleib und uns wie Jesus ernähren von Fisch und Honig und glücklich durch Wände laufen. Und wir werden normales Leben miteinander ewig teilen, wir werden miteinander essen und Spaß haben und Freude haben. Es wird einfach nur alles nicht mehr geben, was in diesem alten jetzigen Zeitalter böse ist. Es wird keine Krankheit mehr geben, es wird kein Leid, kein Schmerz mehr geben, keine Unterdrückung, keine Ausbeutung, keine Kinder, die zu Soldaten rekrutiert werden, keine Frauen mehr, die in Zwangsprostitution sind, es wird keine Erdbeben und Kriege mehr geben, keine Flüchtlinge, all das Übel in dieser Welt wird vorbei sein, wenn Jesus kommt. Das ist, was wir glauben. Und danach fragen die Jünger, wann ist es so weit? Was ist das Zeichen, dass dieses böse Zeitalter zu Ende geht? Was ist das Zeichen, dass du wiederkommst? Und Jesus sagt erstmal, also folgendes, seht erstmal zu, dass ihr nicht verführt werdet. Da gibt es ganz viele schräge Leute, die werden auftreten und es wird ganz viele falsche Christusse geben und wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass dann Leute rumrennen, sich hier auf eine Bühne stellen würden und sagen, ich bin übrigens Jesus, sondern auch falsche Christusbilder. Heutzutage muss man ja nicht nur fragen, okay, glaubst du an Jesus, sondern an welchen glaubst du? Weil es gibt ganz viele Jesus-Karikaturen, die nicht so sind wie der Jesus, den wir hier in der Bibel sehen. Und Jesus geht dann weiter, Vers 6 bis 8 und sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Jesus sagt, es wird Kriege geben und Kriegsgerüchte, man wird überall hören, da ist was. Und ich meine, wir müssen in diese Welt hineinschauen und du sagst, ja, das ist aktuell. Wir haben Krieg im Sudan, wir haben seit Jahren Länder wie in Syrien oder so, die komplett in einem Zerfallzustand sind oder Libyen. Wir haben den Krieg mit Russland und Ukraine, jetzt haben wir die Situation in Israel und so weiter. Und Jesus sagt, ja, das wird so sein. Erschreckt nicht. Und ich war erschrocken, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, wie erschrocken wir alle waren. Jesus sagt, erschreckt nicht, sondern steht da drin, ich habe es euch gesagt. Ihr könnt da drin in der Standfestigkeit, nicht in der Gleichgültigkeit, aber nicht in einem Erschrecken, nicht in der Angst, nicht in einem, oh Gott, jetzt wird alles schrecklich, Stimmung lebend, sondern in der Zuversicht auf ihn hin. Jesus sagt, das ist nicht das Ende. Wenn ihr von Kriegen hört, das ist nicht das Ende. Und er sagt hier, es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Mit anderen Worten, Jesus beschreibt einfach, wie das Leben in diesem Zeitalter ist. Es gab immer Hungersnöte, es gab immer Erdbeben, es gab immer Naturkatastrophen. In der Parallelstelle in Lukas werden Seuchen oder Pandemien mit aufgezählt. Kennen wir jetzt auch. Jesus sagt einfach, das wird so sein. Das ist nicht das Ende, das ist alles nicht das Zeichen. Das Zeichen, dass ich wiederkomme, ist nicht Hungersnöte, ist nicht, da ist ein Erdbeben, ist nicht, da ist ein Krieg ausgebrochen, ist nicht dieses oder jenes. Er sagt, das ist nicht das Zeichen, das ist nicht das Ende. Das ist nicht, woran ihr erkennen könnt, wie weit wir sind. Und das, was viele machen, jedes Ding, was auf dieser Welt passiert, ist immer sofort irgendwie mit irgendeiner Stelle aus irgendwo und genau jetzt in meinen Offenbarungen 13. Ja, ich meine, da geschehen Dinge, aber Jesus sagt, das ist nicht das Zeichen, das ist nicht, worauf wir gucken sollen. Und dann sagt er einen ganz wichtigen Satz, Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Meine Frau und ich, also vor allem sie, werden in den nächsten Tagen unser erstes Kind bekommen. Und das ist die Reaktion, die man dann kriegt, wenn man das sagt. Komisch, niemand kommt zu mir und sagt, oh ihr Armen, die Wehen sind so schrecklich, das ist es nicht wert. Lasst es. Ich sag dir, ja, und wir sitzen auch nicht seit neun Monaten da und meditieren, wie schlimm die Wehen werden für meine Frau. Das ist, was die meisten Christen mit dem Thema Endzeit machen. Sie meditieren, oh Gott, es wird alles schrecklich und sie vergessen, wofür Wehen da sind. Wofür sind Wehen da? Das ist ein nötiger Schmerz, um ein Glück hervorzubringen, oder? Und alle Väter und Mütter sagen zu mir, ja, die Geburt kann so oder so laufen, aber es ist es so oder so wert. Und jede Endzeitwehe, alles, was Jesus beschreibt, ist es wert, weil das Kind, was geboren wird, durch diese Wehen, ist nicht einfach nur ein Kind, sondern das, was geboren wird, ist das neue Zeitalter. Jesus kommt zurück und alles wird gut und alles Böse wird enden. Das ist absolut wert. Und die meisten Christen denken bei Endzeit an was Negatives. Ich möchte dich so ermutigen, wenn du heute rausgehst, Endzeit, Wiederkunft Jesu, sollte bei dir aufleuchten. Hoffnung, alles wird gut. Leben, Ewigkeit, Schönheit, Wiederherstellung aller Dinge, alle Probleme sind weg. Yes! Und ja, es gibt ein paar Wehen, aber da gehen wir durch, weil es ist es wert. Oder? Das ist, um was es hier geht. Und Jesus beschreibt einfach nur die Wehen und ich bin dankbar, dass er das tut, weil ich bin auch dankbar, dass ich Freunde habe und dass ich Bücher lesen kann und dass ich so ein bisschen Ahnung habe, was mich erwartet in den nächsten Tagen. Dass ich so ein bisschen Ahnung habe, dass ich nicht so reinlaufe, ja, irgendwie kann er, wir gehen in ein Krankenhaus und dann kommt ein Kind bei raus, sondern dass ich so ein bisschen weiß, wie dieser Prozess abläuft. Das hilft mir, mich darauf vorzubereiten, mental. Das hilft mir, da gut reinzugehen. Deswegen bin ich dankbar, dass Jesus uns so ein bisschen sagt, wie laufen diese Wehen ab. Aber der Fokus, ihr Lieben, bei dem Thema Endzeit ist doch nicht, es geht zu Ende und alles wird schrecklich und Hilfe und ein böse Antichrist trennt rum. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Thema der Endzeit ist, diese Zeit geht zu Ende. Jesus kommt wieder, alles wird gut und es braucht zum Ende hin ein paar Wehen, die das zum Schluss hervorbringen und die sind es wert. Mit anderen Worten, es lohnt sich, da durchzugehen, weil was dabei am Ende rauskommt, ist alles wert, was es vielleicht auch kosten mag. Wir gehen in die Verse 9 bis 13. Jesus geht dann weiter und sagt, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden und meines Namens willen und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen, weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meist der kalten Werbe ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jesus geht hier von der mehr globalen Perspektive, Hungersnöte, Kriege, Erdbeben, geht aber vielleicht auf so eine bisschen persönlichere Ebene und sagt, hey, es kann sein, das geht dir an den Kragen und er nennt die zwei großen Feinde der Kirche durch die ganze Kirchengeschichte hindurch übrigens, Jesus hat das vor 2000 Jahren gesagt und seitdem geschehen diese Dinge, es ist einfach nur, es wird aufs Ende hinzunehmen, wie das halt bei wehen so ist und dann ist der Moment da, Jesus kommt wieder und alles wird gut, aber es sind die zwei großen Herausforderungen der Kirche, nennt er hier, das eine ist Verfolgung, also Druck um des Glaubens willen und das haben wir auf der Welt in der bisher noch nie, was heißt noch nie da gewesenen, ich meine, wenn man sich anschaut im Kommunismus und so weiter, Stalin, der vielleicht größte Christenmörder aller Zeiten oder so, es gab schon Zeiten, die waren heftig, ich lese gerade mal wieder eine Biografie von Richard Wurmbrandt, der 14 Jahre in Rumänien in einem Foltergefängnis war, für sein Glauben dort gelitten hat, das haben wir auf der ganzen Welt auch jetzt heute, wir haben das massiverweise in muslimischen Ländern, wo unsere Geschwister unterdrückt werden, wir haben das in allen möglichen Formen und Farben, das ist die eine Herausforderung, die haben wir in Deutschland ehrlich gesagt nicht, also ich mag immer gar nicht, wenn in Deutschland jemand sagt, ich erlebe ja Verfolgung, vielleicht erlebst du Druck, vielleicht erlebst du, dass dich jemand auslacht, vielleicht erlebst du, dass dich jemand ein bisschen benachteiligt oder irgendwas, das kann sein, aber bitte nenn das noch nicht gleich Verfolgung, sondern denk kurz an die Geschwister in Nordkorea und besinne dich nochmal und sag ja, preis den Herrn, wir leben nicht unter Verfolgung und die zweite Herausforderung, die er nennt, ist wieder die Verführung, Verfolgung und Verführung, das sind die zwei Drucksachen, die wir haben und wo wir merken, wir müssen uns dort wappnen und wie wappnen wir uns dagegen, ich gehe nachher noch mal kurz darauf ein, aber einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir verankert sind im Leib Christi mit den anderen, deswegen brauchen wir Ortskirche, deswegen liebe ich Ortskirche und liebe auch Ortskirche, wie ihr das als Kf4 seid, dass ihr nicht die eine heilsmachende Kirche seid, die hier in Villingen, sondern ihr seid vernetzt mit all den Geschwistern und man ist Teil vom großen Leib Christi und ist dort zu Hause und dort verankert, das ist ein Schutzraum, Verführung findet oft da statt, wo es nur noch einen mächtigen Guru gibt oder wo wir uns in irgendwelche komische Zirkel zurückziehen und so weiter, weil wir brauchen die Korrektur des gesamten Leibes oder wir sind auf so vielen Augen blind, sehen so arg unsere Betonung, und du brauchst den anderen. Das ist eine der besten Schutzmaßnahmen vor Verführung, es lauf eng mit anderen und sei Teil einer Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt. Was Jesus auch sagt ist, wer aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden, das heißt, er geht davon aus, es gibt Menschen, die das durchziehen, er sagt nicht und zum Schluss wird keiner mehr da sein und es wird irgendwie niemand rufen, Maranatha und deswegen kommt er auch nicht, sondern er sagt, nee, da gibt es Menschen, die harren aus bis ans Ende, da gibt es eine überwindende Kirche, sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, Offenbarung 12, da gibt es eine Kirche, die ihn mehr liebt als ihr eigenes Leben, die sich hingibt und Teil dieses Volkes will ich sein, auszuharren bis ans Ende, aber bis jetzt hat Jesus immer noch nicht gesagt, was ist denn jetzt das Zeichen, er hat nur ganz viele Sachen gesagt und dann kommt Matthäus 24, Vers 14, unser letzter Vers heute, da heißt es, und dieses Evangelium des Königreichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Jetzt sagt Jesus, okay, das ist nicht das Ende, erschreckt nicht, das ist nur der Anfang der Wehen und so weiter, aber jetzt sage ich euch, was passiert, bevor das Ende kommt. Dieses Evangelium vom Königreich Gottes wird verkündet werden, überall auf der Erde, allen Völkern zu einem Zeugnis und dann kommt das Ende. Das Zeichen der Wiederkunft Jesu, dass es bevorsteht, ist nicht, ob wir irgendwo ein Erdbeben haben, ist nicht, ob wir irgendwo Christenverfolgung haben, ist nicht, ob irgendwo eine Hungersnot ist oder ein Krieg ausbricht. Das ist einfach Teil der Wehen. Das Zeichen wird sein, dass das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium von seinem Königreich sich ausgebreitet hat an jedem Winkel dieser Erde zu jedem Volk und jedem Stamm und jeder Sprache und auf der ganzen Welt Menschen herausgerissen sind aus dem Machtbereich der Finsternis hineinversetzt sind in sein Reich und sagen, komm Herr Jesus, komme bald und wenn in jeder Sprache dieser Welt, aus jedem Volkstamm dieser Welt Menschen dastehen, rufen, komm Herr Jesus, dann kommt er. Das ist das Zeichen. Es ist der Evangelium vom Königreich überall und nicht nur unter allen, manche übersetzen es alle Nationen, ich habe es ja übersetzt mit alle Völker, im Griechischen steht der Panther, ta ethne, also alle Volksgruppen eigentlich, alle ethnischen Einheiten. Das heißt, es geht nicht nur darum, okay, Deutschland fertig und so weiter, ja, wir haben irgendwie 200x Länder auf der Welt, so ist immer durch, sondern die Nationalstaaten sind ja recht jung, die gibt es ja noch nicht so lang, also als Jesus gesprochen hat, gab es die Nationalstaaten ja in der Hinsicht gar nicht, Nationalstaaten ändern sich dauernd und dann spalten sich wieder Länder, wie Sudan vor ein paar Jahren und so weiter, das ändert sich, es geht um alle Sprachen, alle Volksgruppen und so weiter. Das heißt, Jesus sagt, bevor er wiederkommt, bevor er unser Gebet erhört, wie im Himmel, so auf Erden, bevor er uns erlöst von allem Bösen, bevor das geschieht, muss etwas geschehen, wird etwas geschehen, nämlich das Evangelium geht einmal um die ganze Erde und in jeder Volksgruppe kommt ein Zeugnis vom Königreich Gottes. Also nicht nur, da ist mal eine Radiosendung auf irgendeiner Welle durchgeschippert, sondern das ist ein Zeugnis vom Königreich Gottes, eine Wirksamkeit des Reiches Gottes, des Reich Gottes sind nicht Worte, sondern es ist Kraft. Das heißt, veränderte Leben, veränderte Familien, veränderte Kulturen, veränderte Städte, überall, die davon zeugen, so ist Jesus und das ist angebrochenes Reich und wenn er kommt, wird das überall so sein, so Kolonien des Himmels in jeder Volksgruppe und wenn das der Fall ist, dann kommt er wieder. Ich habe das gelesen als kleines, nicht kleines Kind, keine Ahnung, wie alt ich war, wahrscheinlich war ich schon zweistellig, aber irgendwo noch jung und ich habe diese Stelle gelesen und ich habe gedacht, ha, voll schlau, wir können ja einfach ein paar Volksgruppen übrig lassen. dann kommt er nicht. Weil ich gedacht habe, Wiederkunft Jesu, das Ende dieses Zeitalters, das wäre was Schlechtes und es ist vielleicht verzeihlich, wenn ein 10, 11, 12-jähriger Lukas das denkt, aber das Problem ist, der Großteil der Kirche denkt so. Jetzt sagst du, ja nee, so denke ich nicht. Ja, ich schaue mir einfach nur an, wie viel Fokus legen wir auf die Orte, die noch nicht erreicht sind. Wie viel beten wir für die Volksstämme und die Städte und die Länder und die Nationen und die Sprachen, die noch nicht erreicht sind und wie viel Ressourcen fließen in alles andere hinein. Und ich habe das ein bisschen recherchiert und du kannst mir sagen, was du willst, aber das ist strategisch nicht sinnvoll, wie wir das machen. Also zum Beispiel von dem vielen Geld, was wir spenden, geht ein absoluter Bruchteil, geht in Pioniermissionen und Erfolgsgruppen, die noch nicht erreicht sind. Ein minimaler Bruchteil. Von den Missionaren, die wir weltweit ausgesandt haben, ist ein minimaler Bruchteil, weniger als ein Prozent, glaube ich, arbeitet unter Volksgruppen, die als unerreicht gelten. Das ist irgendwie nicht sinnvoll. Weil versteht ihr, selbst wenn in Deutschland jeder an Jesus glauben würde, würde er nicht kommen. Ich meine, das wäre toll und wir können daran arbeiten, ja, aber wenn in jeder Volksgruppe Menschen sind, die sagen, komm Herr Jesus, dann wird er kommen. Aber solange wir denken, seine Wiederkunft ist was Negatives, dann werden wir nicht dort mit Antrieb dahinter sein. Wir haben vor drei Jahren ein Projekt gestartet, zusammen mit Kingdom Impact und Glaubens Center bei Gandersheim und Center for Missions Mobilization und ganz, ganz viele Missionsorganisationen zusammen und haben so eine Ressourcen-Website erstellt. Du kannst mal diesen Slide reinmachen, genau. Da geht es um unerreichte Volksgruppen, weil wir festgestellt haben, alles zu diesem Thema unerreichte Volksgruppen ist auf Englisch und in der deutschsprachigen Kirche merke ich, dass da kaum was da ist bei diesem Thema. Wenn ich rede über unerreichte Volksgruppen, sagen Leute, was, es gibt noch Menschen, die haben noch nie das Evangelium gehört? Gibt es wirklich noch Volksgruppen, die unerreicht sind? Wir leben noch in einer globalisierten Welt, Lukas. Ja, es gibt etwa, es gibt 1500 Sprachen auf dieser Welt, die keinen einzigen Bibelferst in ihrer Sprache übersetzt haben. 1500 Sprachen. Nicht alle von denen werden eine Bibel brauchen, weil manche von denen können dann auch auf irgendeinem Allgemeinarabisch oder was auch immer die Bibel lesen. Aber das zeigt uns einfach, dass noch was zu tun. Und je nachdem, wie man Volksgruppen definiert, da gibt es in der Mythologie verschiedene Definitionen, aber je nachdem, wie man das definiert und mit der, wo wir jetzt gehen, haben wir etwa 7400 Volksgruppen noch, die erreicht werden müssen. 7400 Volksgruppen. Es gibt circa drei Milliarden Menschen auf dieser Welt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Wir haben etwa 8 Milliarden auf der Welt. Drei Milliarden ist noch nie jemand hingekommen und hat ihnen das Evangelium erklärt. Das ist ganz große Teile der muslimischen Welt, obwohl Gott da Unfassbares tut, aber auch die unfassbaren Zahlen, die da, also wie viele sich da bekehren, es ist ja immer noch ein Bruchteil bei, wie viele Muslime gibt es? 1,4 Milliarden oder so. Das sind hinduistische, buddhistische und viele animistische Bollwerke, wo Menschen noch nie das Evangelium gehört haben. Und wir haben diese Ressourcen-Website ins Leben gerufen und gesagt haben, wir holen mal von allen Missionsgesellschaften in Deutschland, die was dazu beisteuern, kommen Ressourcen, Materialien, wir tun Predigten zusammensuchen, wir tun Vorträge und so weiter und so weiter, alles dort sammeln, dass Menschen sagen, ich will mich dann auseinandersetzen, die einfach durch diese Ressourcen-Website ein bisschen klicken können und mal ein bisschen Gefühle dafür kriegen, was ist denn eigentlich da? Und aus dem raus entstanden ist jetzt oder entsteht jetzt gerade eine Initiative, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich müssten wir als deutsche Kirche, als deutsche Christenheit oder deutschsprachige Christenheit wirklich wieder anfangen, dieses Thema auf den Schirm zu nehmen und es beginnt meistens damit, dass wir anfangen, für etwas zu beten. Oder? Also sag mir, was du betest und ich sage, für was du Leidenschaft hast, was du auf dem Schirm hast, wo du dein Geld hingeben wirst, wo du dich investieren und engagieren wirst, das sind immer die Sachen, da wo du betest, da wo dein Herz sich ausstreckt vor Gott und auch da wo wir beten, empfangen wir sein Herz für die Dinge. Deswegen haben wir gesagt, lass uns damit beginnen, dass wir die deutschsprachige Christenheit wieder ins Gebet kriegen dafür und dann sind so ein paar interessante Dinge entstanden. Ich erspare euch nur einen einstündigen Zeugnisvortrag, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall werden wir jetzt im Januar, gibt es ja die Allianz Gebetswoche, die kennt ihr ja wahrscheinlich, je nachdem, in welchem Ort man ist, ist das eine richtig nice Veranstaltung oder ein bisschen lame, aber nächstes Jahr wird es richtig gut, weil nächstes Jahr wird an 970 Orten in Deutschland wird diese Allianz Gebetswoche stattfinden, an 940, 970, weiß ich nicht genau und das Thema so Vision for Mission wegen 50 Jahre Lausanne Erklärung, diesen großen Erklärungen für Missions und so weiter und zusammen mit einigen aus der Gebetsszene in Deutschland und mit einigen Missionswerken und auch Vertretern von APCM und AEM, das sind die DACH-Organisationen von Missionen, repräsentieren so vielleicht 150 Missionswerke in Deutschland, wird die Evangelische Allianz in Deutschland eine neue Gebetsinitiative starten, nämlich Gebet für unerreichte Volksgruppen und die wird starten in der Allianz Gebetswoche und wir werden dort versuchen, Tausende von Christen zu sammeln, die sich sozusagen eintragen und verschiedene Möglichkeiten kann man dann Gebetsinfos bekommen, wo wir sagen, jeden Monat, also Februar, März, April und so weiter geht es durch die nächsten Jahre, jeden Monat werden wir eine unerreichte Volksgruppe des Monats highlighten, dazu Ressourcen, Gebetspunkte, Infos, Möglichkeiten sich zu engagieren oder was auch immer durchgeben und ganz Deutschland betet dann in diesem Monat für diese Volksgruppe und ich bin mit Reiner Harte dran, dass wir die ganze Gebetshausdäne da reinkriegen, da haben wir noch mal 100 Gebetshäuser oder so, die auch dafür beten, das wird gut und jeder Einzelne in der Gemeinde kann das machen und so weiter, weil wenn Tausende um Tausende von Menschen jeden Monat beten würden für welche Volksgruppe du nehmen willst, für die Rohingya oder für was auch immer, dann hat das eine Kraft und wir starten das im Januar in der Allianz Gebetswoche, wenn ich wir sage, also offiziell ist das das Evangelische Allianz Deutschland, ich darf da mit mit dem Team so ein bisschen das anleiern, dass es losgeht und wir werden dann nächstes Jahr drei Trainingswochenenden haben, eins ist bei uns in St. Georgen im Gebetshaus, das ist das Trainingswochenende Süd, dann werden wir eins haben in der Nähe Hannover im Norden bei Frontiers auf der Base und eins in Bad Blankenburg, das ist in Thüringen, die Zentrale der EAD und werden dort für Bitter und Beta trainieren und auch mit diesem Thema unerreichte Volksgruppen als ein erster Punkt von, okay, dass neu gebetet wird für dieses Thema, warum? Weil wenn wir alle Volksgruppen erreicht haben, dann wird Jesus kommen und das bedeutet, dass jedes Problem auf dieser Welt ist beendet, wenn er kommt. Bei uns im Gebetshaus, wir haben ja auch Christen aus allen möglichen Gemeinden und Hintergründen und auch allen möglichen Endzeitvorstellungen, ich sage, auf was wir uns alle einigen können, egal was du glaubst über Endzeit, über was wir uns alle einigen können, ist, wenn Jesus kommt, wird alles gut. Das ist die Essenz, deswegen wäre es gut, er kommt möglichst bald. Was müssen wir tun? Was ist das Zeichen, dass er wiederkommt? Ah, in jeder Volksgruppe wird das Evangelium vom Königreich präsent sein. Oh, wir haben noch 7400 Volksgruppen, wo es noch nicht so viel ist. Vielleicht sollten wir dafür beten und dafür geben und dafür gehen und dafür alles reingeben, dass diese Volksgruppen erreicht werden, weil dann kommt er wieder und dann ist jedes Problem und wenn du die kleinen Probleme deines und meines Lebens nimmst, in deiner Familie und die Krankheiten und die zerrissenen Beziehungen und das alles oder hochskaliert, die ganzen Probleme, wenn ich mir anschaue, dass wir fast eine Milliarde Menschen haben auf dieser Welt, die Hunger leiden, obwohl wir Lebensmittel produzieren für 10 oder 11 Milliarden Menschen, sind 8 Milliarden, trotzdem Hunger. Das ist so dumm, aber wenn Jesus kommt, dann wird jeder genug zu essen haben und sie werden Schwerter zu Flugschalen umschmieden. Dann haben wir kein Sondervermögen für Militär, sondern die ganzen Militärausgaben, die sind immens hoch in die ganzen Nationen, wird alles in Wirtschaft, in Landwirtschaft reingeben und wir werden einfach genug zu essen haben und es wird einfach gut werden und Jesus wird all das Böse abschaffen, wenn er kommt. Jesus, komm bald! Ja, ich komme! Wenn in jeder Sprache jemand ruft, komm bald! Okay, Jesus! Dann geben wir uns hin, dass diese Volksgruppen erreicht werden. Was ist das Zeichen für die Wiederkunft Jesu? Das Zeichen für die Wiederkunft Jesu ist, wie weit ist das Evangelium vorangetrunken? Okay, ich habe ein bisschen Leidenschaft für das Thema, verzeiht mir das. Ich versuche das nochmal jetzt zusammenzubringen mit fünf einfachen, simplen Fragen. Wir brechen es runter und dann können wir damit hoffentlich gehen und ich hoffe, dass es was in unserem Denken heute schifftet, dass wir in der Endzeit, Wiederkunft und so weiter denken, dass wir denken, yes! Und dass wir ein bisschen praktisch wissen, was machen wir denn jetzt? Also, fünf Fragen. Erstens, wann kommt Jesus wieder? Jesus kommt wieder, wenn alle Volksgruppen erreicht sind. Das heißt, er kommt dieses Jahr nicht mehr. Und nächstes Jahr auch noch nicht. Aber, wir sind wirklich die erste Generation, die über jede Volksgruppe, die es gibt, genug weiß. Wir haben genug Ressourcen. Wir können überall hin. Also, wir könnten wirklich die Generation sein, die erlebt, dass jedes Evangelium bis an die Enden der Erde geht. Davon träumt die Christen seit vielen, vielen Jahren. Paulus hat davon geträumt. Warum wollte der nach Spanien? Weil er dachte, Spanien war das Ende der Welt. gesagt, ich setze meine Ehre da rein, das Evangelium dort zu predigen, wo es noch nicht verkündet ist. Weil wenn wir das Evangelium hingebracht haben an jedem Ort, dann kommt mein Messias zurück. Manche nehmen Anschluss dran, wenn ich sage, Jesus kommt dieses Jahr nicht wieder oder nächstes Jahr nicht wieder, weil sie gelehrt wurden, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte und dass es so eine Vorentrückung gibt und dann ist man weg und dann gucken wir uns von oben an, wie das hier im Wachen abgeht und dann kommt Jesus irgendwie ein zweites Mal wieder. Das glaube ich nicht aus biblischer Überzeugung. Ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, aber ich glaube, dass das eine falsche Lehre ist. Also nicht, du bist ein Irrlehrer und wir müssen dich steinigen, sondern ich glaube, dass das wirklich ein falsches Bild von der Endzeit ist, ein falsches Bild von dem, was die Bibel uns vermittelt. Und nachweislich gibt es diese Lehre erst seit 1830. Davor ist die noch nie aufgetreten und Darby hat die uns sozusagen ins Leben gerufen, weil er eine Sonderoffenbarung bekommen hat von einem Engel. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Und es gibt gute Gründe, warum ich nicht glaube, dass es zwei Wiederkommen Jesu gibt. Ein versteckt ist, wo die Gemeinde wegentrückt und eins wo dann öffentlich kommt, sondern in seinem öffentlichen Kommen werden die, die noch leben auf der Erde ihm entgegengerückt in einem Nu, werden verwandelt, kommen mit ihm zurück. Wenn dich das interessiert, google einfach mal Entrückung, Lukas Gniess. Ich habe da ein paar Sachen zu gesagt und es gibt viele böse Kommentare drunter. So. Zweitens. Also wann komme ich jetzt wieder, wenn alle Volksgruppen erreicht sind? Zweitens. Wird jetzt alles, bis die jetzt wiederkommt, wird das jetzt alles schlechter oder wird das alles besser? So. Ist ja oft so ein bisschen eine Frage. Es gibt so die Endzeitleute, die sagen, hey, es wird immer besser und wir transformieren die Gesellschaft und es wird immer mehr vom Reich Gottes sichtbar. Und dann gibt es diese, die sagen, nee, es geht alles in Bach und Abwehr und alle verfolgt werden und zum Schluss ist alles ganz schrecklich. Und ich würde sagen, wird alles besser, wird alles schlechter? Ja. Beides. Das ist, was Jesus sagt in Matthäus 13. Er sagt letztlich, hey, diese Zeit hier, er zählt doch ein Gleichnis von Weizen und Unkraut. Beides wird gesät und er sagt, beides wächst so, das Unkraut, das wächst so hoch und am Ende steht es in voller Blüte und er sagt, aber auch der Weizen ist gesät, das Gute und auch das wächst und steht so voll in Blüte am Ende und dann kommt er wieder und dann gibt es ein Gericht und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, sowohl das Reich Gottes wird ausgebreitet sein in größtem Maß von Herrlichkeit als auch, ja, Böses und Verführung und Verfolgung und Druck wird über, beides wird da sein am Ende. Und das ist kein kompliziertes Gleichnis, weil es ist eines der wenigen, was Jesus selber auslegt. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 13. Das heißt, wenn ich in die Zukunft schaue, erwarte ich, ja, größere Herausforderungen und aufs Ende hin so richtige gute Presswehen, damit wir durchkommen. Aber das ist es wert. Aber ich erwarte nicht nur, okay, alles wird ganz schrecklich, sondern ich erwarte eine überwindende, ausharrende Kirche. Ich erwarte, dass das Evangelium sich ausbreitet, dass die Herrlichkeit größer wird und das kannst du in der Kirchengeschichte schon anschauen. Da, wo Druck zunimmt, nimmt meistens die Herrlichkeit der Gemeinde enorm zu. Aber Herrlichkeit ist halt dann nicht nicht unbedingt, so wie wir uns das so vorstellen, manchmal Herrlichkeit, sondern eher so Herrlichkeit, wie Petrus schreibt, hey, achtet für laute Freude, wenn ihr verfolgt werdet und so weiter, weil der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Ja, es gibt so eine Herrlichkeit, die heißt, Jesus ist genug und wenn er wirklich genug ist und wenn Richard Wurmbrand sagt, nach 14 Jahren voll der Gefängnis Rumänien sagt, manchmal sehnt er sich zurück nach seiner Zelle, weil er einfach nie mehr Gott so erlebt hat, wie da drin, dann ist das was von diesem Geheimnis. Das heißt nicht, dass wir alle, also wie gesagt, es wird nicht, wir werden nicht alle in Verfolgung sein und im Folter, das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern es gibt die zwei großen Feinde, Verfolgung und Verführung. Also wird alles besser, wird alles schlechter, bis Jesus kommt? Ja, beides wird zunehmen, die Dynamik wird größer werden und dann, wenn er kommt, dann wird alles gut. Was passiert, wenn Jesus wieder kommt? Oh, das habe ich gerade beantwortet. Wenn Jesus kommt, wird alles gut. Ganz simpel. Warum? Weil für dich und für mich bedeutet es, dass wir einen neuen Körper bekommen werden, mit dem, in dem wir ewig leben werden, der wie Jesu Körper nicht mehr aufhört. Wir werden alle unsere Probleme weg sein und es gibt so ein paar Sachen, die noch passieren, wenn Jesus wiederkommt und so weiter. Aber in Essenz wird er jede Träne abwischen. Es wird kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid, kein Nichts mehr geben. All das Böse ist vorbei. All das, worunter diese Welt leidet, all die Probleme werden vorbei sein. Die Schöpfung wird vollkommen erlöst und wiederhergestellt. Die ächzt und stöhnt, liegt auch in Geburtswehen, sagt Römer 8, zur Wiederkunft Jesu hin, zur Offenbarung der Söhne Gottes, damit die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird. Auch wirklich die ökologische und Klima und tralala wird gelöst sein, wenn Jesus kommt. Und wie gesagt, das heißt nie, dass wir nicht im Jetzt schon Verantwortung haben, aber das bedeutet, dass wir mit Hoffnung auf ein Ziel hinarbeiten, weil wenn er kommt, wird alles gut. Dann noch zwei vielleicht wichtige Fragen, auf die ich noch nicht groß eingegangen bin. Wie sollen wir leben? Im Paralleltext in Lukas heißt es, ey, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann steckt den Kopf in Sand und heult. Nee, okay, die meisten haben es gemerkt. Nee, steht da nicht. Da steht dann, hebt eure Häupte empor, eure Lösung ist nahe. Das heißt, wir sollen ermutigt voll Hoffnung leben und für mich ist, wie soll ich leben angesichts dessen, dass Jesus wiederkommt, ist, puh, und da gibt es auch Wehen und da gibt es Herausforderungen, da gibt es Verführungen, da gibt es vielleicht Druck und Verfolgung, okay, wie soll ich dann leben, was, keine Ahnung. Wie wir leben sollen, ist ganz simpel aufgeschrieben in der Schrift, Römer, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, hey, wenn ihr das tut, dann seid ihr wie so ein Haus, gebaut aus dem Fels, wenn ein Sturm kommt, dann steht ihr. Mit anderen Worten, deine Sicherheit beim Thema Endzeit liegt nicht daran, dass du alles gecheckt hast. Jesus sagt nicht, glückselig die, die die Endzeit-Chart perfekt beherrschen, so, sondern Jesus sagt, wenn du so lebst, dann kann ein persönlicher Sturm in deinem Leben kommen und er kommt in unseren Leben, wir leben immer irgendwelche Dinge, die unser Leben reinbrechen, wo wir denken, wie kann das sein und Schicksalsschläge und so weiter, aber dann können auch die Stürme global kommen auf diese Erde und wir können stehen. Nicht, weil wir alles checken, nicht, weil wir genau wissen, wer jetzt die Hure Babylon ist, sondern es ist wirklich eine der schwierigsten Sachen auf dieser Welt, diese Kapitel in Offenbarung und das ganze Thema Hure Babylon. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung darüber gebildet. Aber das wird mich nicht retten. Das ist noch nicht, wo ich sage, ich muss ready kriegen, wer ist die Hure Babylon, damit ich dann stehen kann. Das ist gar nicht der Punkt. Was ich tun muss, ich darf lernen, radikal gegen Sünde zu sein. Ich darf lernen, zu beten, zu fasten, zu geben. Ich darf lernen, meine Feinde zu lieben. Ich darf lernen, diesen Lebensstil, du musst nicht in Perfektion beherrschen, aber wenn ich Bergpredig lebe, dann stehe ich, egal welcher Sturm kommt. Das heißt, Entspannung für dich, wenn du Freude hast, geh tief rein in diese Themen. Wir werden uns ja auch noch mehr interessiert, weil ich habe bald so viel angerissen, wo du sagst, okay, aber wie und was ist dann damit? Ich habe so eine Serie auf YouTube, die heißt Endzeit Hoffnung. Da gehe ich einfach mal die ganze Linie wirklich ausführlich durch. Du kannst dich gerne damit beschäftigen und es hilft und ermutigt. Und wir wissen auch, was lassen wir uns ein, aber letztlich ist das nicht, was uns da durchbringt. sondern was uns durchbringt ist, wir leben diesen Lebensstil. Letzte Frage, was sollen wir tun? Was wir tun sollten, habe ich vorhin versucht deutlich zu machen, ist, wir sollten den Fokus unseres Lebens darauf legen, dass das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt wird an jedem Ort, zu allen Menschen, in einer Kraft. Und wir sollten die priorisieren, die das Evangelium noch nie gehört haben. Das ist eine Ungerechtigkeit, dass Leute zum zweiten und dritten Mal hören, wenn es so viele gibt, die es noch nie gehört haben. Und jetzt sitzen wir hier in Deutschland in Villingen und denken so, hui, ja gut, müssen wir jetzt alle Missionare werden und an die Erde gehen. Das wäre gut. Aber das werden wahrscheinlich nicht alle machen hier drin. Deswegen gibt es Alternativen, wenn du das nicht machst. Du kannst dafür beten, du kannst deine Ressourcen da reingeben, also Finanzen reingeben, du kannst, keine Ahnung, Leute, die gehen, supporten mit was auch immer, also Finanzen oder auch anderen Dingen, die sie brauchen. Du kannst aber auch gucken, wir leben mittlerweile in einer so globalisierten Welt, dass wir tatsächlich unerreichte Volksgruppen um uns herum haben. Also, wo man früher hätte hingehen müssen, an die Händen der Erde, irgendwo eine neue Kultur und Sprache und so weiter, die sind jetzt plötzlich in Deutschland. Wir haben so viele Flüchtlinge und Migranten, die zu Volksgruppen gehören, die als unerreicht gelten. Und die leben um uns rum und wir könnten uns überlegen, hm, vielleicht erreichen wir hier, wie wir gerade Kirche machen, hauptsächlich eine gewisse homogene deutsche Mittelschicht, so, und vielleicht drunter und drüber. Und das ist okay, aber was können wir machen, dass wir die erreichen, die wir vielleicht jetzt nicht einfach so einladen können und sie geben ihr Leben Jesus und rufen Halleluja. Wo in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, wo sind diese Leute? Und wenn du keine Ahnung hast, was es für unerreichte Volksgruppen gibt, kannst du auf die Webseite gehen, unerreichte-volksgruppen.org, da findest du sie und kannst schauen. Und ich meine das wirklich ernsthaft. Also wenn uns das ein Anliegen ist, zu sagen, Jesus, komm bald, weil dann können wir nicht das ignorieren, was das Zeichen ist, was der Auftrag ist. Und wir sind so oft wie die Jünger in Apostelgeschichte 1 und sagen, Jesus, dann ist jetzt die Zeit, dass du das Reich wiederherstellst und so weiter. Und Jesus sagt, es ist für euch nicht so wichtig, Zeitpunkte zu kennen, aber der Geist Gottes wird auf euch kommen, dass ihr meine Zeugen seid, bis an die Hände der Erde. Wir wollen so oft die Endzeitlösungen und Theorien und was wir brauchen ist, eine Bereitschaft, das zu tun, was getan werden muss. Ich mache jetzt keinen Aufruf, wer jetzt in Pioniermissionen gehen wird. Ich würde es am liebsten machen, aber da sind wir noch nicht ready. Aber ich möchte einfach einladen, mit mir aufzustehen und einfach einen Moment nachheilen zu lassen. Ich habe jetzt einiges gesagt in dieser Predigt. Manches wird auch, was so ein bisschen Fragen aufwirft oder was vielleicht bisherige Vorstellungen und Gedanken zum Thema Endzeit in Frage stellen oder ganz anders oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie gut du alles folgen konntest. Aber lass einfach mal kurz nachheilen, was ist der Punkt oder die Punkte, wo du merkst, ja, da will ich neu denken oder das will ich tun oder weiß nicht, wo der Heilige es bei dir den Finger drauf legt. Ich möchte aber gerne beten und lade dich ein, dich damit eins zu machen, soweit du das möchtest. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns sagst, es gibt ein Zeichen deiner Wiederkunft, dass nämlich alle Volksgruppen erreicht sein werden, bevor du kommst. Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommen wirst. Jesus, ich glaube zutiefst, dass das Beste ist, was in dieser Welt passieren kann, dass du möglichst bald kommst. Und ich bete, dass du uns hilfst und uns lehrst tiefer darüber, dass wir Verständnis kriegen, dass du uns auch Bilder und Vorstellungen abbaust, die im Weg stehen, dass wir uns nicht danach sehnen, dass du wiederkommst. Ich bete, dass du uns eine Liebe zu dir und eine Liebe zur Gerechtigkeit in unser Herz gibst, dass wir wirklich uns ausstrecken danach. Und ich bete ganz konkret für Einzelne hier und für die Kahl 4 als Ganzes, ja, lass es eine Gemeinde sein, die gegründet ist auf deinem Wort und auf dem Fels, auf dem Gehorsam dir gegenüber, dass sie stehen, egal was für Erschütterung kommt. Und ich bete, dass es eine Gemeinde ist, die Teil der Lösung ist, die dein Kommen, wie Petrus sagt, erwartet und beschleunigt, durch ihr Leben, die sich reingeben dafür, dass die erreicht werden, die noch nicht erreicht sind. Herr, wir lieben dich und wir sagen, Maranatha, komm, Herr Jesus, komme bald. Wenn du kommst, wird alles gut. Jetzt, ich lade uns ein, einfach mit der Band im Worship uns noch mal auf Gott auszurichten mit den Lobpreisliedern und ja, wenn es Dinge gibt, wo du merkst, das willst du noch mit Gott besprechen, darfst du auch, musst du jetzt nicht singen, sondern kannst auch noch im stillen Gebet für dich sein. mit dem gostein thereforen. Ich lade mich mal mal. wag, wenn es nicht so ist, auch noch mal Neo bass, und tatsächlich zu ihm. Amen.